Hier lernst du die Buchstaben Ä, Ö und Ü. Wir beginnen mit den Buchstaben Ä und einigen Beispielen. Nehme dir etwas Zeit und spreche mir nach. Es ist ganz einfach. Ä Äpfel Die Äpfel Du siehst acht Äpfel. Säule Die Säule Du siehst vier Säulen. Häuser Die Häuser Du siehst zwei Häuser. Hände Die Hände Du siehst zwei Hände. Es gibt sehr viele Wörter mit dem Buchstaben Ä. Hab Geduld. Du wirst sie im Laufe der Zeit noch lernen. Jetzt der Buchstabe Ö und einige Beispiele. Öl 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 Das Öl Du siehst zwei Flaschen mit Öl. Österreich Vögel Die Vögel Die Vögel Du siehst zwei Vögel. Knöpfe Die Knöpfe Du siehst vier Knöpfe. Es gibt sehr viele Wörter mit dem Buchstaben Ö. Hab Geduld. Du wirst sie im Laufe der Zeit noch lernen. Jetzt der Buchstabe Ü und einige Beispiele. Ü Mütze Die Mütze Du siehst zwei Mützen. Nüsse Die Nüsse Du siehst vier Nüsse. Tüte Die Tüte Du siehst zwei Tüten. Tür Die Tür Du siehst zwei Türen. Es gibt sehr viele Wörter mit dem Buchstaben Ü. Hab Geduld. Du wirst sie im Laufe der Zeit noch lernen. Herzlichen Glückwunsch! Du weißt jetzt, wie die Buchstaben Ä, Ö und Ü ausgesprochen werden. Ich hoffe, es hat dir viel Spaß gemacht. Als nächstes lernst du die Namen einiger Tiere. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss! Bis bald! Du weißt, wie es geht? Du weißt, wie es geht? Du weißt, wie es geht? Du weißt, wie es geht?